Wer reden kann, der wird, ja was wird der? Der wird eine ganze Menge erreichen und ich freue mich, dass du hier dabei bist. So, lass uns mal gucken, was genau wird der in dir schaffen, der reden kann? Und jetzt ist die Frage, was du unter Wer reden kann, wird verstehst. Wer reden kann, der kann auf der Bühne stehen, der kann in einer Diskussion sein, der kann hier in die Kamera sprechen. Was immer das ist, was du unter Reden verstehst, das ist das Entscheidende für dein Weiterkommen. Und das ist auch meine Lösung. Wer reden kann, wird weiterkommen. Wer reden kann, wird ein besseres Leben haben. Wer reden kann, der wird einfach mehr vom Leben haben. So, vielleicht ist das jetzt für dich ein bisschen dick aufgetragen und ich kann es gerne in die Kommentare schreiben, wenn du Bock drauf hast. Aber das Interessante ist, achte mal drauf, auf wen du besonders achtest. Achte mal drauf, auf wen du achtest. Den Satz muss man erstmal hinkriegen. Okay, also achte mal drauf, auf wen du achtest. Was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die rumstottern? Sind das Menschen, die nichts auf die Kette kriegen? Oder sind das Menschen, wo du gerne zuhörst, wo du sagst, Mensch, das macht wirklich Spaß? Ich habe gestern Abend gerade einen wunderbaren Beitrag gesehen mit Gregor Gysi im Interview. Und nochmal, du kannst über die Partei denken, was du willst, über die Person. In den Interviews ist es immer großartig, was du da mitbekommst. Es wird eine kurze Frage gestellt. Ja, und dann legt der Gregor Gysi los. Und er nutzt eine ganz spezielle Struktur und er nutzt ganz spezielle Techniken, um loszulegen. Achte mal drauf, ganz oft macht er, ich möchte ihn das einmal kurz erörtern und dazu habe ich erstens, zweitens, drittens. Es kommt von ihm ganz oft der sogenannte Trias, die drei Dinge, die er liefert. Es ist ganz, ganz entscheidend, wie bringst du deine Dinge rüber? Und deswegen meine Bitte an dich, wer reden kann, wird mehr im Leben bekommen. Lass uns drei Dinge anschauen, warum das so ist. Stell dir einmal erstens vor, du kannst gut reden, du bist gut in Gesprächen und stellst dort viele Fragen. Dann wirst du sofort merken, dass Menschen dir besser folgen, weil du ihnen einfach mehr Bühne gibst, weil du ihnen einfach viel, viel mehr gibst, dass sie sich im Gespräch einbringen können. Das Zweite ist, wenn du gut reden kannst, achte drauf, dass du schlagfertig bist. Wenn du Humor reinbringst, wenn du die Lockerheit reinbringst, wenn du Menschen auflockern kannst, wirst du merken, dass es einfach mehr bringt und dass du mehr Anerkennung bekommst. Dieses, du kannst besser reden, kommt in dem Moment raus, wo es heißt, hey, sag mal, warst du schon mal ohne Worte? Ist es dir schon mal passiert, dass du sprachlos warst? Wenn du diesen Satz hörst, wenn du diese Frage bekommst, dann weißt du, okay, da scheine ich ganz gut zu performen. So, und das Dritte ist, wie gut bist du auf der Bühne? Wie gut bist du vor Menschen zu sprechen? Das ist etwas, was entscheidend ist. Menschen, die sich präsentieren können, die auf der Bühne nach vorne gehen, die auf der Bühne überzeugen, da wirst du merken, wow, was habe ich denn jetzt für eine Sichtbarkeit, was habe ich denn jetzt für eine Anerkennung? Du bekommst ganz, ganz viel und das ist so wichtig, dass du hierdurch einfach mehr vom Leben bekommst, weil du mehr gibst. Menschen, die reden können, bekommen mehr Geld, bekommen mehr Anerkennung, bekommen größere, bessere, schönere, was auch immer. Aber das Interessante ist, achte mal da drauf. Ja, ich kann dir zwei Beispiele bringen, in den Seminaren, die ich mache, gibt es ganz oft zum Ende hin nochmal irgendeine Kleinigkeit. Da gibt es nochmal zum Honorar irgendwie einen Honig dazu, da gibt es nochmal ein kleines Präsent dazu, da gibt es nochmal eine kleine Tafel Schokolade, was auch immer. Und jetzt kannst du denken, hey, kann ich mir selbst leisten? Ja, kann alles sein. Aber du kriegst eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön, als etwas, wo Menschen sagen, du hast uns zu viel gegeben, deswegen möchten wir dir einfach etwas zurückgeben. Meine Bitte an dich ist, lerne gut zu reden. Du merkst, was ich meine, wer reden kann, bekommt mehr im Leben. Übrigens, schnell mal nebenbei, was war gerade? Ich habe schon an Leben gedacht, deswegen wollte ich, ich habe gemerkt, das hat nicht funktioniert und das passiert. Hier gehe ich darauf ein, hey, im Vortrag, du wirst in einer Stunde nicht mehr überlegen, sag mal, hat der da einen Sprechfehler gehabt? Egal, mach dich locker, das passt. Wenn du sagst, ich will besser reden, einmal hier unten drunter, gehst du auf den Online-Kurs sicher und souverän präsentieren. Da bekommst du ganz viel, dass du eine gute Art hast zu präsentieren. Du wirst mehr im Leben erhalten und du wirst merken, wow, ich bekomme ja so viel zurück. Und wenn du mir was zurückgeben willst, gerne den Kanal abonnieren, freue ich mich. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.